ein sehr 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 herzliches willkommen hier zu TROV mit dem Arcoxey, wir spielen jetzt mal die restlichen 45 minuten von diesem tag noch mit XP-Bonus, dass wir da auch ein bisschen weiterkommen in diesem spiel genau kann ich dir schon noch nicht es kann sein dass es zwischendrin so ein bisschen ruckelt was heißt ein bisschen also jetzt kann es mit scheuen gut dann werden wir jetzt noch die zeit sinnvoll nutzen leider schaffen wir medieval highlands nicht mehr schade aber wir nehmen uns auf jeden fall ein großes das wollte ich gerade sagen verlies einen großen dungeon ich bin schon auf dem weg zu bis zum gleichen wahrscheinlich oder weiß ich nicht ja ich glaube schon aber du bist ja eh wieder schneller ich scheuen ja einfach macht das was meinst du geht es da hoch ja ja ich check das mal mit meinen vielen chance ja ich bin schon drin schneller als du ich habe nämlich auch nicht so wenig chance wie viel habe ich james 24 das reicht auch der schule der bringt halt schon mit den charms oh ja dass das schaffe ich heute noch mit level 20 habe ich so habe ich so ein gefühl also wie lang hast du zeit beziehungsweise wie lange kannst du oder wann musst du morgen arbeiten ich habe morgen frei ja dann können wir ja die ganze nacht eigentlich durchspielen nee dann macht wieder meine mutter und strich durch die rechnung wenn die dann in die kiste geht so stimmt also jetzt nicht in die ewige kiste aber in die kiste halt ich hätte ja mal ich hätte echt gerade mal bock eine ganze nacht durchzuspielen wenn ich ehrlich bin ach du scheiße ja deine eltern die schlafen jetzt aber ja ja oha auch nicht schlecht ich weiß nicht ob es ja was ist oder doch das ist der boss ja ja wo wissen wir wissen ja das ist so eine ganze nacht durchgespielt habe ich echt schon lange nicht mehr ich habe noch nie eine ganze nacht durchgespielt das ist super doch das habe ich schon mal gehe ich habe noch am nächsten tag war stadtfest das war das war ein spaß da war ich dann auch noch bis morgen zum halb eins also viel geschlafen habe ich da zwei tage nicht nicht schlecht das weiß ich noch gehen wir zum rezept da war ja genau können wir machen eigentlich großer ist ja nicht in der nähe haben wir zwei fliegen mit einer klappe vorausgesetzt die nehmen uns den dann schon nicht weg nee nee das ist das sieht gut aus ja also du weißt ja noch elf parts damals geschafft metro da können wir uns gemütlich müssen wir uns mal alles noch hochladen ja du hast auch noch was vor dir aber hallo habe ich vor allem aber mit den kissen das ist krass ja damit kommst du gar nicht klar so da ist er gleich ein großer haben wir den nicht gemacht alles ist ja dieser komische hier um man aber ich weiß ich weiß wo es hingeht was von auch nee ich weiß zufällig wo es hingeht also ich glaube mal dass es das war klar okay du weißt du weißt es doch nicht doch ich haben hier ja wie die hier rum stöhnen das ist ja pervers da das war ja ich weiß noch bei trofe angefangen haben da haben wir uns schon um um die items gestritten bis wir festgestellt haben wir können die uns nicht gegenseitig weg schnappen ja das stimmt ja komm lass uns hier das wichtigste haben wir geschafft was xp bringt ja aber du weißt ja kleinvieh macht auch mist und wenn wir nur noch wenn wir nur noch 40 minuten haben müssen wir alles angreifen weil wenn wir nur das beste angreifen und sind mal die meiste zeit von dann schon so dann schon unterwegs und da kriegen wir dann gar nichts und da hast du jetzt ein schlagkräftiges argument gerade erwähnt aber hallo ja wir gehen jetzt einfach mal hier gleich und das dann schon ein ja wir müssen jetzt alle nehmen wo auf dem weg liegen nicht nicht die großen aussuchen sondern wirklich alles und dann auch alles vernichten stimmt aber trotzdem ich finde es bei trofe cool die dungeons die sind immer unterschiedlich du weißt nie wenn die von außen manchmal gleich aussehen sind die trotzdem unterschiedlich ja ich mache da ewig rum du machst einmal bäm und fertig oder ist gleich ein großer wie krass ist das dungeon oder boss dann schon naja das geht klar du darfst mich gleich wieder beleben ich bin tot du bist ein arschloch dafür kann ich nichts einfach deinen heil zaubern dann musst du da nicht so ewig rum machen das kostet auch nur zeit ich mache da rum ich verwende es in meinen hals aber der ladet sich doch gleich wieder auf du bist ein alter geiz gerade ist schlimmer als dagobert dac ja aber hallo du bist sogar dagobert dac dagobert dac schrecken dann verstehst du was ich mache ja 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 aber die leute von den sanity projects fällt mir gerade auf die zocken schon ziemlich viel ja das stimmt die zocken ziemlich viel reißen sich den arsch auf und kriegen so gut wie keine entlohnung mit ihren acht klicks da pro video ja das ist halt echt finde ich auch weiß nicht vielleicht liegt ja bei diesen tags wo die von